Schönen guten Abend. Ich war jetzt live gewesen bei Instagram und habe einen coolen Look geschminkt. Ich habe ja von meiner lieben Freundin diese Schminker geschenkt bekommen und ich finde sie so, so schön. Da habe ich mich total gefreut. Richtig schön und diese Farbe. Und es ist so süß. Und nächstes Mal werde ich dann hier das testen von ihr. Freue ich mich schon. Ich finde diese Farben so schön. Und sind richtig schöne Tonfarben. Wunder, wunderschön. Aber da freue ich mich, das zu testen. Und jetzt zeige ich euch, ich habe das Hemd von meinem Schatzi an. Und dann zeige ich euch, wie das jetzt aussieht, ihr Lieben. Es ist richtig, richtig schön geworden. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann werde ich weiter Lawrence credentialieren. Nee, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017